Wir hatten zwar auch jetzt in den nächsten Aufnahmesessions wieder ein paar Bugs, aber keine mehr, die so gut waren wie dieser Bug. Schade, dass du mir dann auch gegen den Bank gefahren gestorben bist. Das war wie der größte Teil, zu dem das Auto zu kurz gebrannt hat. Ja, was irgendwie auch zwar kein Bug ist, aber irgendwie komisch. Okay, wieder auf ein sicheres Gebiet. Oh ne, ich hab wieder den Soundbuck. What the fuck? What the hell? What the hell? What the fuck? What the fuck? Ich kann das auch nicht spielen. Wie kalt sein. Warte, dann kann ich nicht eins sagen. Versuch's mal zu springen. What the fuck? Oh, mein Gott. Hast du das dann auch gegeben, weil das ist mal die Hochkarte? Ja. Hast du in der Kanunde weitergegeben? Und dieser Soundbuck ist ja auch. Bei mir ist es überhaupt nicht, ich bin auch rot und es wuppelt. Oh ja, er hat aufgehört. Hahahaha. 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 Na schön, dass es sind. Sind wir schon da mal gekommen als normalerweise. Ich denke, du wirst ein Schiss einfach durch die Plattform durch. Es müssen noch Granaten durch hier vom Deck werfen. Warte holen. Uhhh. Ne, mein auf dem gedroht, dann könnt ich das irgendwie noch DOLEFOLD übersehen. Naja, wir müssen immer noch alles durchgucken. Oh, da ist gerade etwas überkippt. Na, scheiße was ist das denn? Tja. Warte, warte, warte. Ich wünsche nicht, dass wir hinten irgendwas übersehen. What the fuck? What the hell? Holy Moses! Was ist das? What the fuck? What the fuck? Schulz, wenn da ist, nein! Gerhard Bullock! Wir kommen nicht mehr zurück! Nein! Nein! Warte, warte, warte! Wir könnten beim Zipo-Maitrix... Oh, ne, und ich... Ach! Simon, es kommt jetzt hier noch alle zusammen eigentlich! Warte, warte, warte! Warte! Okay, ich lass mich mal kurz hinten rumpacken! Alter, ist das geil! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Kann ich von da auf sein? Nein, nein! Oh, Scheiße! Wir sind untergegangen! Oh, Mann! Geil! Dieses Spiel macht uns gerade selig fertig! Okay... Mann, mal geht's ruhig! Okay... Schaffst mich wieder auf den Boden! Nicht mal normal! Das ist... Das ist ein Fein für Agile, ich hab kein was! Okay... Okay... Okay, der ist ja gar nix. Ich dachte, der wäre noch ein Volt oder so. Dann können wir ja doch weiter, oder nicht? Warte, 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 warte! Vielleicht bin ich hier? Oh, Mann! Oh, nein! Ich hab wieder Scheißanfang! Oh, doch, da! Oh, oh! Secret Area! Secret Area! Guck mal da! Na, an! Ach, der ist... Ey, wo bist du? Äh? 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 Du bist gerade bei mir... Du standst mit einem Fuß auf dem Graten, bis da durch ins Wasser gefallen, weil ich schon mit gerollt hab! Ich hab' das... Egal! Ein Feldmult! Ich hätte es auch gedacht, dass es dann Helden wollte, aber das Spiel überraschend immer wieder... Vollbult! 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 Weil wenn ich hier ist... Ich bin überraschend immer wieder mit relativ gut versteckten Arealen, wo der nur schaffe... ein Maulboot! Ein Maulboot! Was ist dein Maul halt? Hab' ich gesagt! Oh! Schliegt Landjung! What the... What the hell? Wo bist du? What... Äh? Äh? Ey, wo bist du? Wo bin ich? Äh... 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 Alter, das ist doch nicht normal hier! Äh... 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 Oh nein! Oh nein! Oh nein! Äh... 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 Ich weiß gar nicht, ich kann es nicht mal retten, weil... 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 Weil er in den Fausten hat worden schaden, wie es hier ist! Nein! Warte! Warte! Versuch zu springen! Versuch zu... Äh... Oh, ey! Ist doch krankes denn hier! Oh, wow, wow! Ähm... Oh, Alter! Und... Das ist natürlich zufälligerweise alles in Oles' Gebiet! Von wem auch sonst! Ne, aber wem auch sonst, genau! Ole hat gemacht, dass es Winter wird! Okay! Was... Was fliegt denn da hinten rum? So, wer kommt sonst? Wo ist das nicht? Äh... Okay! Ja, ignorieren es! Ist okay! Ist okay! Ignorieren es ruhig! Äh... 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 Oh! Häh... Ha! Ich bin doch rechtzeitig schnell gejert! Wie auf die dich! Wann vielleicht? Oh! 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 Okay! Ich weiß was ich tue! Flugbahnberechnung nicht vergessen! Ich denke manchmal wird die Flugbahnberechnung nicht vergessen! Oh shit! Ach, dann sagst du dir die... Die schöne Dosen-Physik! Und die schlammigen Fische! Ja, das ist... Das ist mega unnützig! Ich weiß nicht, dass die so ne geile Physik da... Äh... Ich will bringen, aber dann nicht mal... Irgendwie vielleicht ein... Rätsel oder sowas einbauen, wo man die benutzen muss! Ich hab' mich nicht unterhalten! Äh... Auch Fisonstrahlerlehrling! Okay! Hier bewegen sich die Schiffe ein bisschen! Das ist halt auch ganz cool! Aber... Vor allen Dingen haben die auch richtiges Wasser! Das Wasser... Das Wasser ist eigentlich ziemlich geil gemacht! Ja, das stimmt! Äh... Ähm... Ähm... Ja... Äh... Hintergrund ist das... Du bist das ein Vieh! Komm mal jetzt zu mir! Warte! Wasser! Wasser! So... Unwärts... Kann man natürlich zentrieren, könnte. Das ist, es mir fällt, von Bein auch aufgefallen. Das ist, es ist da hinten, das ohne ihr schließt, das ist ein Gebäude und es ist ein Tier! Das ist glaube ich ein Gebäude. Ja, das ist ein Gebäude! Ja, es ist ein Gebäude! Ich meine, das ist so Maritale, Meiler, die sind immer nicht so großartig, wenn sie mich in klein ohne gesehen. Ja... Nee... Nee, die 15.20 Meter kleine ohne! Ja... Oh, die bringen uns zum Leuchtturm, es erfällt! jetzt fliegt er alleine ich glaub's nicht wunderschöne schreie von ok ja ok ja ich denke das ist ganz übertrieben das spiel lässt mich nicht mehr spawnen das sagt immer zu verkürzen die ok weil diese ganzen maxi freu mich da schon so drauf 5 wenn man sich das ist genau das kann ich überhaupt nicht mehr wiederholen lehre es ist immer so wie mega aus der Welt und die Welt über hier lang wissen würde aber dabei weil sie zuerst das ist die offizielle Weg zu dürfen gegen die Messer und Notomaten er war er erinnert mir fehlen noch 2.000 er wird mir viel genug ein 30 die Welt war bei der Ball es wird irgendetwas irgendetwas zerstörbares von uns wir können zurückgehen hoffentlich erlaubt dass das Spiel ist auf der anderen Seite dieses Lücheln WTF den Paarys WTF AHHHH ähm hast du das gerade wieder hoch gesehen? äh mega warte warte wir sammeln die Leute schnell und die sichern die Dinger ein und eisen ok dann zurück wenn das geht ich weiß es geht nicht B33 Volt wollt die mich verarschen? wollt die mich verarschen? wollt die mich verarschen? das Spiel sagt immer fuck you das dürfte nicht die dürften zurückgehen ihr habt nicht diese Freiheit oh das ist das ist der echte oh oh Jared Jared Hilfe uns das ist geil das ist geil das ist geil Jared bringt das eins der besten Elemente des Spiels whohoo das ist gut Los Jared gib Gas gib Gas gib Gas ach oh Trampe ha 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 hieeeee wenn es um ankommt läufts ja wir werden hier grad von ohne verfolgt Es muss jetzt aber laufen. Los, komm schon, Jared. Wir müssen alle Türken, verstehst du, Jared? Verstehst du? Wunderweise, oh fuck! Oh mein Gott! Jared, drück auf die Tube! Verstehst du? Oh mein Gott! Fünfter Gang! Los, Jared, fünfter Gang! Verstehst du? Scheiße, scheiße! Verstehst du, Jared! Oh fuck! Oh fuck! Willst du uns verarschen? Wie waren wir das hier dran? Darum sind uns der Pirat, der Pirat. Siehst du ihn? Oh, scheiße! Ich bin unter Wasser! Ich grinde unter Wasser! Der grinde unter Wasser! Verstehst du, Jared? Verstehst du? Jared! Oh, ist so geil! Das ist hier einfach nur genial! Oh mein Gott! Ein Totemmob! Totemmob, das ist Thaddeus! Oh, Thaddeus! Thaddeus, oh fuck! Holy Moses! Oh! 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 Gib Gas! Voll Gas! Schneller! Los, Jared! Gib Gas! Verstehst du? Oh! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Jared! Fick die Schaltung! Kurplung! Tritt den Kurplung! Verstehst du nicht! Jaaaa! Ooooooh! Voll in die Fresse, Wunde! Fress das! Super! Nichts überbringt die Botschaft! Wiss mich nicht. Besser als 5 Dekatonnen Elektrizität! Dekatonnen Elektrizität ist hier mal um kurz geschockt. Nein, nein, nein! Ich blieb auf Nanotake. Oh! Oh! Und der, 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 der 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 Schienensteile, der sich in den Bereich zu finden Da, 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 Jared, Jared, Jared! Jared, 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 Jared! Jared, 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 Jared! Jared! Jared, Jared wird uns fressen. Verstehst du! Verstehst du! Du Scheiße! Oh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, meine Nachbarn denken warum du so stummig schreikst oder was? Mann, das ist mega ausstammt! Ich bin super geil hier! Ohhhh! Weißt du, das ist auch irgendwie ein bisschen pervers? Ja, du... Ein bisschen dick? Ja! Die Hörte bis die Nachbarn gefressen hast! Revenge for Jareds Nachbarn! Wir müssen über die Sprungschaste springen! Verstehst du, Jared? Verstehst du? Ah! Achtung, kannst du nicht an den Dingern vorbeifahren, Jared? Ich glitze durch Kisten! Ich kann die Kisten nicht zerbrechen! Ich glaube, er hat sich gewittert! Nein, Jared! Wie kommst du darauf? Jared, fahr! Ah! Ah! Oh! 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 Er schlägt mit der Flosse nach uns! Verstehst du? Jared! Verstehst du? Ah! Alter! Was? Shit! Nicht schon wieder, will den... Oh Scheiße! Jared! Das ist jetzt nicht der Erste, oder? Jared! Du musst schneller fahren! Verstehst du? Jared! Einmalen. Weil die Flosse nachvollziehen! Wir sind sieben den Schatten. Wir sind sieben den Schatten! Donut mich nicht aufgetragen! noodles zu dürfen! Oh du bist so von mir? Ich glaub's nicht! Der Sieben den Schattenkönig ist erledigt! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, der hat fallen! Oh du bist so immun! auch ein wie es nach dem Tudel ich kleide die ganz zwischen allen Kisten durch ja ich mache mich jetzt auf nach Dortmund und werde den Leuten sagen, dass sie wieder nach Hause können bis dann Freunde und danke für die Hilfe wir rufen dich an, verstehst du du Gerrit, verstehst du ich hole den Nanotech und dann gehen wir wieder zurück ich weiß was ich tun ähm einen Test nein ach Gerrit, ich mag den Tudel Gerrit, Gerrit ist schade ja Gerrit, Gerrit ist uuuh, uuuh Alter, wir haben die doch gerade oh mein Gott Gerrit, Gerrit oh nein, 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 nein da hä sponsorit nein, gerrit 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 perde le nostra weHappy le registriere nein, gerrit nein, gerrit gerrit wir werden nicht ewig ne Erinnerung behalten er hat ein tolles hier ist es zu bestätigte Prozent wurde die reißen die Rekordplätze schocken körper ja und er hat unsere Mutter beleidigt ein oder schrecklich wird das ist sehr viel schlimmer ohne das Geld getötet verstehe verstehst du verstehst du du musst 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 du oh mein Gott steig in die Augen zeig ihm wer der Boss ist Anastasia er könnte den Seifikanten könig nur auffallen indem ich mit Licht hypnotisiert als Tatsache in BH und dann ist er hypnotisiert oh mein Gott durch den Schild greifen was ist das der Scheiße er kann unten drunter durchgreifen ah ich habe eine Idee ey du magst er kein Licht nicht um nein und dann wir müssen ja genau ja 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 ok nochmal für aber weißt du was ich glaube ich glaube Jared versteht uns jetzt nicht mehr jetzt wo er tot ist kann er uns nicht mehr verstehen aktiviere das Leuchtweuer verstehst du schnell 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 ein 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 weißt du wir machen das zu zweit wie so ziti oh mein Gott alle erstell steht du gestern du gestern gestern du gestern du gestern du gestern Du, Jared! Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du, Jared? Verstehst du? Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Jared versteht uns jetzt nicht mehr.